Wie einer unserer Teilnehmer 136.000 Euro nicht verdient hat, weil er am Anfang gedacht hat, hey, ich erstelle meine Designs selber, wie es gewisse YouTuber hier auf YouTube versuchen, euch zu verkaufen, was einfach absoluter Bullshit ist und warum er danach in relativ kurzer Zeit diese 136.000 Euro bei uns in der Masterclass eingenommen hat. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist Bastian Huck, professioneller E-Commercial und Print-on-Demand-Coach. Wie ihr gesehen habt, ich drehe euch hier ein paar Videos ab. Wir sind ja gerade auf der Insel Coos. Dementsprechend habe ich mir jetzt mittlerweile auch die Sonnenbrille aufgesetzt, weil jetzt hier von meiner rechten Seite langsam die Sonne wirklich reinbricht und ich sonst die ganze Zeit hier mit zugezwinkerten Augen da sitze. Dementsprechend hier mal zwei, drei Disclaimer, bevor ich euch jetzt gleich über den Werdegang von unserem Teilnehmer erzähle. Punkt eins ist, wenn du in Zukunft auf YouTube automatisch mehr von solchen Videos angezeigt bekommen möchtest, das heißt, wie kann ich Online-Geld verdienen, wie kann ich mit Print-on-Demand-Geld verdienen, generell finanzielle Freiheit und Unternehmertum, dann jetzt hier an dieser Stelle einfach unter dem Video den Like-Button drücken, dann macht das YouTube ganz automatisch und auch hier in diesem Video wundert euch nicht, wenn ihr ein bisschen Wellenrauschen im Hintergrund hört, denn ich sitze hier direkt am Wasser und es ist einfach richtig, richtig schön. Zweiter Punkt, wenn du eigentlich schon längst die Abkürzung, sag ich mal, nehmen möchtest, ja, das heißt, keine Bullshit-Modelle, sondern dir wirklich eine eigene Brand aufbauen möchtest, die finanzielle Unabhängigkeit, wo du halt nicht mehr Montag bis Freitag irgendwo früh aufstehen musst, in irgendeine Arbeit rein, die dir vielleicht gar keinen Spaß macht, wo du dich nicht selbst verwirklichen kannst, wo du auch nicht einfach nur mit deinem eigenen Online-Shop, mit irgendeinem 0815-Online-Shop 100 oder 200 Euro im Monat nebenbei verdienst, sondern wirklich dir einfach mal jeden Monat ein fünfstelliges Einkommen aufbaust, dann findest du hier unter dem Video den Zugang zu unserem bekannten Masterclass. Ja, das ist das, wo wir die Leute eins zu eins ausbilden, wenn du denkst, hey, klingt alles viel zu gut, um wahr zu sein, dann findest du natürlich auch die Ergebnisse, geh auf hochconsulting.de, geh auf Trustpilot, geh auf hochconsulting-erfahrung.de, geh jetzt oder später auf Instagram, dort findest du die Live-Ergebnisse unserer Teilnehmer, denn ich bin einer der wenigen, der jeden bis jeden Tag Live-Ergebnisse postet, das heißt, keine Ergebnisse von 2015 oder 2018 oder 2020, was viele Pseudo-Coaches da draußen machen, sondern es sind echte Ergebnisse auf täglicher Basis. Und was ist denn das riesengroße Problem? Ja, du hast YouTuber da draußen, die bauen sich eine große Reichweite auf, indem sie euch im Endeffekt nichts anderes als Hoffnungen verkaufen, indem sie euch irgendwie beibringen wollen, ihr sollt selber irgendwelche Designs erstellen und so ein Bullshit, was halt absoluter Quatsch ist. Was willst du denn sein? Willst du Online-Unternehmer sein? Willst du deinen eigenen Online-Shop haben? Willst du finanziell unabhängig sein? Oder willst du den ganzen Tag irgendwie zu Hause sitzen, irgendwelche Designs erstellen, wo Profis, wie Profis, die wir auch haben in unserem eigenen Designerteam, fünf Jahre studieren, fünf Jahre in der Praxis sind, Kommunikationsdesign, Mediendesign und Grafikdesign studieren und absolute Koryphäen in ihrem Bereich sind. Und dann gibt es irgendwelche YouTuber, die euch irgendwelche Billigkurse verkaufen und euch sagen, ja, damit habt ihr das in relativ kurzer Zeit genauso. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Ich kann jetzt diese Fragen nicht nennen, aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, welche YouTuber es da draußen gibt, die euch versuchen, irgendwelche kostenlosen Grafikprogrammkurse oder wie erstelle ich selber irgendwelche Designs zu verkaufen oder so ein Quatsch oder auch zig Videos auf YouTube hochladen mit irgendwelchen Tipps, wie du dir selber irgendwelche Designs erstellen kannst. Das ist einfach der allergrößte Quatsch und vor allem, das kannst du sagen, boah, ja, Basti, du erzählst doch nur und so weiter. Ich bin immer ganz, ganz großer Fan von Zahlen, Daten und Fakten. Und ich sage mal so, wenn du dir eine Reichweite aufbaust von 30, 40 oder 50.000 Leuten oder sogar mehr und du versuchst mit allem Werbung zu machen, aber eine Sache fehlt irgendwie. Das sind Ergebnisse. Und ihr merkt, wie ich da einfach lache. Dann sollte sich doch jeder mal fragen, wenn das alles so gut funktioniert, was die Leute da erzählen, selber Designs erstellen, dann am besten noch auf Spreadshirt oder irgendein Bullshit hochladen, was auch nicht funktioniert. Wenn das alles so gut funktioniert, wo sind die Ergebnisse? Wo sind die Umsätze? Wo sind die Gewinne? Wo sind die Leute, die einfach mal finanziell frei sind? Wo sind die Leute, wo sind die Umsatzergebnisse? Wo sind die Gewinne? Wo ist das Einkommen? Wo sind die Erfolgsinterviews? Wo sind die Bewertungen? Wo ist denn all das? All das ist nicht da. Du wirst meistens in irgendeine Facebook-Gruppe von irgendwelchen Blinden reingeschmissen, die sich gegenseitig das Sehen erklären sollen, wo du tausende Leute drin hast, die alle im Angestelltenjob festsitzen und keine eigene unabhängig ist. Deswegen mach dir einfach klar, dass es absoluter Quatsch ist und diese Leute und irgendwelche Billigkurse versuchen, an dich zu verkaufen. Die Illusion, dass du ohne Geldansatz dir ein eigenes Business aufbaust und dann finanziell frei wirst. Dieser YouTuber verdient im Endeffekt einfach nur dadurch Geld, dass er irgendwelche Kurse verkauft. Und deswegen ist dieses Video auch ganz klar zum Aufwecken von diesen Leuten da und im Endeffekt auch von dir. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite guckst, wenn ich das Ganze outsource, Leute, die das wirklich drauf haben und wenn ich nicht versuche, irgendwelche Designs oder irgendwelche, keine Ahnung was, auf Spreadshirt oder Amazon Merch oder irgendein Bullshit hochzuladen, sondern mir hat wirklich mal eine eigene Brand, eine eigene Marke, einen eigenen Online-Shop aufbaue, mit dem ich einfach mal nachweislich, und jetzt kommt das ins Spiel, ich werde dir hier jetzt mehrere Screenshots einblenden lassen, du wirst dich für Screenshots nicht retten können, rechts, links. Wenn du mal 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 120.000 Euro Umsatz jeden Monat umsetzt, dann bist du finanziell frei, wenn du mal die ersten 10.000 Euro oder meinetwegen zum Start auch nur 5.000 Euro jeden Monat verdienst. Mit deinem eigenen Shop, mit deiner eigenen Brand, in dem du Online-Unternehmer bist, der halt wirklich einfach nicht mehr als ein bis zwei Stunden am Tag arbeitet, der im Endeffekt nichts anderes macht, als seine Produkte zu launchen und diese zu vermarkten und damit, und deswegen siehst du es hier bei den ganzen Umsätzen, das sind Live-Umsätze unserer Teilnehmer und wenn du noch mehr sehen willst, dann geh auf Instagram, ich bin einer der wenigen, der jeden bis jeden zweiten Tag seine Ergebnisse dort postet und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die seiner Live-Teilnehmer, dann siehst du einfach mal, was hier vorangeht und fallt nicht auf irgendeinen Bullshit rein, der nicht funktioniert. Denn was du brauchst, um aus deinem Angestelltenverhältnis rauszukommen, das ist einfach mal eine Sicherheit. Ja, das heißt, nicht einfach mal nebenbei 100, 200 Euro verdienen, sondern jeden Monat mehrere tausend Euro und das aber auch nicht nur einmal, sondern wirklich auf konstanter Basis. Du verlässt doch deinen Job nur dann, wenn du wirklich eine Sicherheit hast und ein stabiles Einkommen und das wirst du immer nur dann haben, wenn du eine eigene Marke hast und eine eigene Brand hast und das ist extrem, extrem wichtig. Nur dann, wenn du glückliche Kunden hast, wenn du wiederkehrende Kunden hast, wenn du einen eigenen Shop hast und nicht auf irgendeinem Online-Flohmarkt unterwegs bist, wenn du Designs hast, die sich wirklich verkaufen und nicht zwei, drei Jahre damit verschwendest, verzweifelt, irgendwelche Designs zu erstellen, was ja gar nicht funktionieren kann, weil du halt einfach kein Designer bist, dann beginnt das Business wirklich Spaß zu machen. Wenn du wie wir halt einfach am Strand oder am Wasser bist und deinen Online-Shop im Hintergrund 24-7, das heißt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für dich Geld verdienen, dann beginnt E-Commerce wirklich richtig Spaß zu machen und dann hast du auch Zeit und die Unabhängigkeit und die Freiheit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Deswegen tu mir und tu vor allem auch dir den Gefallen, fall in Zukunft, hier, ihr hört wahrscheinlich auch das Rauschen des Wassers im Hintergrund, fall in Zukunft nicht mehr auf irgendwelche Bullshit-Modelle rein, ganz, ganz wichtig, wacht einfach auf, baut euch eine seriöse, eine vernünftige, eine stabile Marke auf und dann könnt ihr euer Leben genießen und dann könnt ihr auch da raus. Ja, wenn du sagst, das will ich mir schon längst aufbauen, ja, dann findest du hier den Zugang zu unserer exklusiven Masterclass und für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, Basti, du machst in der Mido Werbung, ja, ganz aktiv mache ich Werbung und ich mache so aktiv Werbung, dass wir mittlerweile mehrere hundert positive Bewertungen auf Trustpilot haben, dass wir unsere ganzen Erfolgsinterviews auf Foconsulting.de haben, dass wir unsere ganzen Live-Ergebnisse auf Instagram haben, in den Story-Highlights haben, weil wir einfach in diesem Bereich einer der besten, wenn nicht sogar mit Abstand, der beste Anbieter im kompletten Dachraum sind und genau deswegen kann ich es mir auch erlauben, so aktiv die Werbung zu machen, weil wir einfach Ergebnisse wie im Fließband produzieren. In diesem Sinne, ich freue mich, dich kennenzulernen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne persönlich auf Instagram. Ansonsten findest du hier unter dem Video den Zugang und den Link zu unserer exklusiven Masterclass. Kannst Video-Wünsche hier natürlich auch noch reinposten. Andere Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Dein Bastian. Bis dahin, mach's gut. Bis dahin, mach's gut. Bis dahin, mach's gut. Vielen Dank.